Winter war für uns hier im Lösenhof immer ein Thema, weil wir nicht genau wussten, was wir machen sollten, da nach dem Lösen eigentlich nur Natur hat und kein Skigebiet großes im Lösen-Talsee finden. An der Uni Innsbruck habe ich mich lange damit beschäftigt, für was ich das Lösen-Tal eignen würde. Da bin ich darauf gekommen, dass es im Alpenraum kaum ein Tal gibt, was so viele ungefährliche Gipfel hat wie Lösen-Alm, fast 30 Kilometer. Und das Sorte des Schneeschwunden einfach ideal ist, da es keine Aufstiegsunlagen gibt und sonst eben keine Menschen stören. Ich finde, beim Schneeschwunden muss man eben abseits sein und einfach der Natur sehr nahe. Und das kann in Lösen-Tal überall sein, vielleicht auf den Lösen-Almen, also auch hinten am Talschluss, unter dem Beidler Kofel oder auch im Gabler-Blose-Gebiet. Damit sind wir eigentlich als erstes Hotel, haben wir uns damals dann in Südtirol hier auf Schneeschwunden spezialisiert und waren dann damals auch der erste, was es professionell seit Anfang der 90er Jahre eben hier in Südtirol auch anbietet. Inzwischen haben wir in der Woche elf bis zwölf verschiedene Touren. Wir haben jeden Tag Touren, auch Samstag und Sonntag und sind somit eigentlich das spezialisierte Hotel für Schneeschwunden im Alpenraum. Natürlich kann man bei uns auch andere Wintersportarten machen. Besonders schön ist, nach einem Aufstieg mit Schneeschuhen von den Barren herunterzurodeln. Wir haben verschiedene Naturrodelbahnen. Weiters haben wir auch verschiedene Läupen auf der Lüsen-Alm und am Talschluss und bei der Kofel. Die sind natürlich auch alle sehr lange befahrbar durch die Höhenlage, auch durch die Schneesicherheit, was wir hier haben. Und dann haben wir natürlich auch Möglichkeiten zum Skifahren lernen. In der Nähe des Hotels ist ein Kinderskilift oder auch der Skibus-Tublose, wo Sie auch täglich öfters mit dem Bus hier und her fahren können. Da empfehlen wir Ihnen einfach eine Kombination zwischen Skifahren und Schneeschuhwandern. Schönen. Aber ich brauche.